So, meine Süßen. Hey. Lass ihn los. Nicht so. Ja, sehr gut. Komm, schleppt sie ihn wieder mit. So. Super. Okay, hier sind die nicht drin. Wenn wir denken. Warum klingt das denn, als ob da was drin wäre? Hey, da ist was drin. Dann müssen wir ihn wohl operieren. Oh nein. Sie hat ihr Entchen fallen lassen. Mist. Warum können wir die Hand nicht aufheben? Was können wir jetzt damit machen, damit der kaputt geht? Vielleicht von oben runter werfen. Das hilft anscheinend nicht. Muss ich nochmal in die Röntgenaufnahme bringen vielleicht? Das geht auf gar keinen Fall schneller. Ich dachte vielleicht, wenn ich ihn vor mir herwerfe. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt? Willst du den Schlüssel da raus? Okay, wir müssen den Schlüssel da raus operieren. Ich dachte, indem wir ihn vielleicht zuschütteln. Das ist es ja dann wohl nicht. Und jetzt? Das heißt, diese andere Ente, in der war quasi das andere Ding drin. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir die Viecher kaputt kriegen. Ja, nehmen wir es erstmal mit. Der Hase ist wichtig. Die Enten sind wichtig. Vielleicht so ein Holzding. Nee, das ist es nicht. Okay, gehen wir in den Aufzug. Oh nein. War das jetzt clever? Das nehmen wir anscheinend nicht mit. Das ist die Leichenhalle. Alles klar. Herzlich Willkommen. Aha. Okay. Rätsel gelöst. Alle Tiere hier rein. Und dann... ...verbrennen. ... ...